Ich wissen Hey, ist Remco irgendwie dumm? Warum dumm? Voll dumm Hey, was für dumm? Ist doch klar, dass es sich leichter macht. Ich will doch nicht da unten in den roten Scheiß sein. Jungs, ist Remco blöd. Was für blöd? Das ist die einzig schlaue Lösung. Remco, in der Zeit, wo du versuchst, da durchzukommen, sind wir schon längst im Ziel. Das schon, aber die Idee an sich ist nicht schlecht. Momentan hat er halt nicht den Skill dazu, würde ich sagen. Um sie gut umzusetzen. Boom Ist mir egal, ich will die Map eh gleich neu. Oh, das ist so geil, die Map. Die schaffe ich so oft im First Try. Ich wette, die schaffe ich nicht einen Meter jetzt. Also nicht, dass ich schon oft gespielt hätte. Alter Mastermind! Ich habe in meinem Leben nur so hundertmal gespielt. Fick dich Remco. Fick dich nicht Remco, ich habe eigentlich eine gute Bahn. Machst du meinen Ver... Geh weg! Provoziere! Jetzt kommt der auch noch zu uns. Ich steh vor... Ich bin schlauer als ihr. Sie bist dumm! Das hat nichts mit schlau zu tun, das habe ich genauso ausprobiert. Ja klar. Auch wenn er unsympathisch als Fuck ist. Kennt ihr unsympathisch TV? Ja. Das mache ich heute nach. Scheiße! Ich werde dich nur raus. Nur im Gegensatz zu ihm rede ich mit Emotionen. Und so geht er. Du bist einfach nur wirklich unsympathisch. Ja, heute in diesem Part, sonst bin ich immer richtig sympathisch, wisst ihr doch. Mhm. Spaß. Null! Und so. Schatzspiel. Ich will nur sagen jedes. Kim tut mir leid. Wegen ich heute nicht. Ja, sagt genau der, der dritter ist. Du riechst heute nur richtig auf den Sack so gut so. No! Ähm. Genau. Das, das ist mein Sack, Leute. Achso, der ist so geknickt, also. Und einmal durchbohrt. Es sieht so um die ganzen Haare aus. Aber pisst euch mal, alle. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall im Weg. Mein Gott, wie dumm. Das sagt genau der richtig. Ich hab's nur gesagt, weil du es auch immer sagst, wo Lappen. Fresse. Glaub mir nicht. Sag's immer, wenn ich irgendwann mal einen Schritt mache, sagst du so, oh mein Gott, das macht einfach kein Sinn. Remco. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich versuch's doch mal. Machst du's absichtlich oder was du so? Nein. Stoll würde mich grad provozieren. Scheiße. Na klar. Da geht extra nur einen Millimeter weg. Ich versuch' jetzt so weit und noch voll, ich wollte es noch kommen. Ja, genau. Kommt doch rein, ne? Irgendwie bist du klein geworden, genau. Ja, ist auch so, weil du all das stehen bleibst. Du bist bewusst, wie sich das gerade angehört hat. Ich hätt's geschafft, wenn du das nicht gemacht hättest, Kim. Ja, das ist so klein geworden. Remco schafft das jetzt. Schau klar, aber mach's nur, wie sich das anders. Ich hab doch am Anfang selbst gesagt, dass mein Penis klein geworden ist. Weil's einfach so aussieht, wenn der Ball klein wird. Ich weiß nicht, was bei dir aussieht. Dann denk' ich dir vor, dass die Erektion vorbei ist. Alter, das schlimm ist aber, dass wir die ganze Zeit aneinander klatschen. Oh, klatsch. Unwürdig. Vor allem ihr beide. Ja, homos. Kim, du wirst die Map niemals schaffen, die ist unmöglich, man. Marsmann hat nur ultra viel Glück gehabt. Ich hab' kein Glück, das ist Geld. Ja, genau, das ist doch selbst gesagt, wir haben überhaupt geschafft. Okay, das war aber nur dieser Map so. Kann eigentlich nicht cheap gehen. Zieh durch, gerade. Da geht's noch. Sorry. Wie kann man das dann? Kacken, die Halsmaul. Scheiße. Schaff's doch aus, als auch ein Studio. Also ich hab' durchgezogen. Ich weiß nicht, wenn's bei dir jetzt nicht geht. Ich hab' ja auch durchgezogen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja. Hä, du, das wollte ich nicht. Sorry. Egal, der schafft's eh nicht. Boah, das ist mal wieder typisch, ne? Ja, der schafft's eh nicht. Ich hab' gar nicht, ich verlasse das Spiel gleich. Ich hab' Bock auf das Scheißdreck. So, alle bei Spring. Egal, der schafft's eh nicht, ich hab' geschafft. Ja, aber... Ja, okay. Und trotzdem, ich bin drin drin drin,estersееhend. Schizz Innensträhen. Trotzdem, ich bin den riesen Abstand. Es war voll leicht. So war's jetzt einfach nicht electorisch. Was Glückgoth, du Idiot. Voll. Inener concentrate am Untermligen beemos. Voll. Nicht ordentlich würde, denn er ist ein Glück,Moon, denn er sagt mir nest mal die Kinder Battlefield gießt devoirachtet. Skill. Wieso? Der, ähm, Dings, hat doch gesagt, dass er Respekt von mir hat. Der Massimo. Das hab ich nie behauptet. Natürlich. Warum sollte man noch Respekt vor einem zwölfjährigen Minecraft-Kid hier haben? Deswegen hab ich noch auf Aufnahme. Weißt du was? Weißt du was? BAM BAM BAM! Scheiße, ich dachte, ich komm da durch. Bitte deinem Kohl, hilf mir. Nein. Nein. Jürgen, ich schub dich so sehr. Jürgen, ich schub dich so sehr. Kai kommt da. Bitte, bitte hau, okay, mal gegen die Vorhaut, damit er zurück zum Start geht. Das, was, was saut mir alles. Oh, was, man tut mir ein bisschen. Wie, wie, wie er zurückgeht. Sein Arzt, bin halt, also, bitte tötet mich. Fick dich. Oder fick dich. Das Spiel macht so überhaupt keinen Spaß. Ich mache eigentlich, ich spiele eigentlich nur noch, damit ich besser werden kann als Kim, aber sonst hat es eigentlich keinen Grund. Mir macht schon Spaß. Mir eigentlich macht es überhaupt null Spaß. Mir macht es gar keinen Spaß. Ich mache so, ich glaube, null, das ist unspaßigst, was ich jemals gespielt habe. Ja, unsere Millionmaßnahmen haben immer so viel Spaß in den Netz zu zahlen. Ich weiß nicht, warum es mir so ist, ich glaube, ich mache es mir so. Ich weiß nicht, warum es mir so ist. Ich glaube, ich habe es mir so. Hat sich geschockt. Was für verkackt, du Lappen. Aber da war das gute Ziele. Alles Lapp, ey. Aber nicht in einem. So macht man das richtig. Ja, durchschnittst 3,1. Ja, nur machen wir das richtig. Das ist doch schlechter, du Lapp. Ja, ja, das war nur ein Versehen. Genau. Hm, ah, boom, boom, scheiße. Ich bin mir nicht sicher, ob er es überlegt hat oder einfach nur ein Orgasmus hatte. Ich kriege einen Wutanfall nach dem Part, das weiß ich. Ich sehe es schon vor mir. Da schreibt man in die Kommentare, dieser Remco ist doch voll das, ey, unsympathische Arschloch. Hey, Remco, fick dich. Wie du den Teufel an die Wand machst. Ja, Remco, ist jetzt voll das Opping, ey. Das war jetzt Mobbing-Opfer. Ich bin voll das Mobbing-Opfer, genau. Alter, machst du mein letzter? Wie geht das? Das war eine Leiste-Map. Das war einfach der beste Abschluss, den ich in meinem ganzen Leben habe. So, und jetzt. Tschüss. Ja, also, viel Spaß, Leute. Schreibt in die Kommentare, was ihr von Remco haltet. Sicherverlust unsympathische Arschloch. Ist so, deswegen habe ich auch Kim im letzten Part so beleidigt. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie was gemacht habe, er so, voll schlechten, obwohl Kim selbst als verloren hat. So, dann kannst du dir immer Informationen sehen. So, dann kannst du dir immer Informationen sehen. Wie steht mal was? Halt's Maul. Bei Person, dann kannst du mal... Das ist gar nicht die Duren, sonst... Halt doch mal die Flesse. Und? Du hast mir versprochen, dass du ihn fakes gemacht hast. Fuh ich ja auch. Denkst du, denkst du, ich gewinne mit 20 Abstand oder was? Ja. Okay. Jetzt, ja. Du bist schuld, Kim. Boah, ich hab letztens mit 70 Abstand gewonnen. Schon ins Ranko, ey. Ja, du suchst es, dass du auf jeden Tag 10 Stunden in der Woche. Oh, das war gut. Das war saugut. Naja, könnte bestes sein. Ja, guck mal, sagst du grad. Kim, du bist nur nur richtige, aaah. Ich weiß, was ich jetzt mache. Leute. Oh, ich hab mich schlecht im Kuh. Die hat mich aufgenommen. Ja, was hat's die gebrauchen hast, Mo? Ja, okay, ich probier's auch. Oh, nicht einmal, geil. Ich dachte, eigentlich, das schieb nur, man fliegt ins Wasser. Aber hat sich doch alles gut ausgestellt. Warum geht das bei mir jetzt nicht? Weil du, weil du unerwartest bist. Ja, ey, weil ich es bin. Du hast kein Hacking-Tool an. Ja, eben, man, du Huso. Teil bei der Aufnahme hat man ja gesehen, dass ich nicht hacke. Das ist ja schön. Ja, genau das mein ich. Das war jetzt genau ein Millimeter zu wenig. Komm, Remco, ich schubse nicht mehr rein. Sagst du uns wieder, dass es ein Glücksspiel ist. Ja. Fuck, ich wollte dich übrigens reinschubsen. Jetzt musst du ganz wenig machen, pass auf. Und am besten über Bande spielen oder so, gut. Okay, war jetzt nicht der Act, aber... Ich hab ja auch nur einen Millimeter gemacht, man. Das hat nix mit Skills zu tun. Ach, Remco, ich gönn's dir auch mal. Ich gönn's dir nicht. Ach, Remco, ich gönn's dir auch mal. Ah, ich gönn's dir auch. Der Zug zum mit seinem Auge und fängt schon halb an zu heu. Und ritz, und ritz, und ritz ist so. Ja. Ja. Ha! Jetzt haut er dann im Kopf weg. Boah, du bist so ein richtiger Huso, weißt du das? Du hast aufgenommen. So, ah, das war sogar fast gut. Fast gut. Oh, zur Abwechslung bin ich auch mal gut. Nee, nee, ernsthaft, ich wär fast da drauf geblieben, mein ich, damit. Obwohl ich eigentlich nur Kim wegkicken wollte. Hat sich ganz schön am Arsch angehört. Kim ist schwul, sein Penis ist klein, alles ist besser, um zu sein. Mein Hund ist schwul, die dumme Sau. Sie macht nicht kleff, sie macht nur wau. Mein Hund ist schwul. Remco ist schwul, das merkt man ja. Er ist ein Schietzahn. Okay, Mist, hat mein Craft Let's Player. Er hat seine Freundin bei meinem Einkauf kennengelernt. Jetzt braucht er, sieh, ein Kondom. Nein, nein. Geh weg, Mann, geh weg. Nein, nein. Geh weg. Oh, okay, passt. Geh weg, Mann. Schamsäure. Oh, fuck, oh, oh. Ja, du weißt schon, das geht. Nein, nein. Nein. Fick ihn weg, Mann. Nein. Ja, ja. Nein. Das ist so knapp, Alter. Das ist so knapp. Ich hätte vorher schon gesagt, okay, weggefickt. Schade, das war jetzt echt knapp. Er bringt, es bringt aber eh nichts, weil er eh ins Wasser fliegt. Nee, ich glaube, es schafft es nicht. Ja, 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 ihr Hurensöhner. Jetzt kommt er wieder gegen die Frau aus. Der hat einfach so. Was? Juck. Oh, alter Remco hat langer. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte doch, bitte doch, bitte doch. Nein. Bitte doch, Remco. Remco, ich warne dich. Komm, mach. Ja, mein Penis ist nicht gleich stark. Alter, beim letzten Moment, Junge, beim letzten Moment. Das war jetzt echt, das war jetzt echt. Das war jetzt echt traurig. Ich war da voll pingelig. Boah, Mann, ich versch... Ach, spring. Du hast da gemeint, war das so. Ich glaube, ich traue mich nicht. Mann, ich habe gar Bock mehr. Alter, Remco ist ja voll das Arschloch. Hallo? Geschummelt, 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 geschummelt. Ich habe keinen Bock mehr. Mann, ob ich es trinkt. Hey, ich verschwoll die Schummelt. Oh, du... Geschummelt, richtige, geschummelt, die ist richtig, richtig, richtig unfair ist sie, richtig geschummelt, richtig geschummelt, Mann. 8 also und macht sich schon mit mann zu brauchen wie Prozent er hat sich schon bewusst Ormacher meint mit dem einen Geh- und danke schreibt es ich habe auch die Kapitel Storch ja so und er hat sogar noch die Züge die Züge und der Rest stand Fick ist unterwegs so Warte, Remco, wieso mutierst du jetzt schon wieder zum Arsch? Ja, wegen Kim! Warum wegen mir? Jürgen, das ist nicht wieder so lustig. Das macht schon wieder so Spaß. Remco, warum wegen mir? Hey, wegen Kim, habe ich gesagt. Also, ich habe es dann wegen dir. Du machst, weil du bist schuld. Aber ehrlich, ich kann... Hallo, schon wieder geschummelt. Ich habe wo ganz anders hingedrückt. Das ist die Willenstof verarschen. Das ist nur bei mir. Remco, hallo. Hallo. Alter, einfach so geil. Junge Remco, wenn er jetzt verkackt. Als Maul-Kim. Oh, wird mir verkackt. Ich bin ganz schwul und mache Minecraft-Eats-Plays. Ich glaube, da ist noch so ein Standmaß und man hat die Rollen sich schwul. Weißt du? Ja, ne, Kim, du bist geschwuchtel. Ihr werden mit der Spät im Minecraft. Kommt aber auch gut. Ja, fast muss kein Wies mehr. Ja, kommt gut an bei deinen 10-Jährigen. Der ist einfach sicher, weil er keine Wies mehr machen kann. Weil er notwendig seine Elgato verboten hat. Was laberst du? Spaß. Hatst du den Elgato? Was? Ich hab noch nie geplant, mir Elgato zu kaufen, einfach weil es ja unnötig ist. Ich find's auch. Kim kauft bestimmt Elgato und macht dann Minecraft-Eats-Plays-Plays-Plays-Plays-Plays-Plays-Plays-Plays-Plays-Plays-Plays. Und gibt's eigentlich drei Löcher. Naja, das ist immer so bei Frauen, weißt du? Du hast immer drei Auswahlen. Ja, das ist schon hilfreich. Ja, eine O und nur zwei O. Da kennt sich aber jemand aus, der 13-jährige Minecraft-Let's-Player. Mit seiner Minecraft-Freundin. Hä? Wie ist das spätestens nicht verbandet? Ranko? Mach doch. Du blöd, hat der 0 gebracht. Ich versuchte dir dein eigenes Loch. Ja, okay, Ranko, ich werd schon mal drückt. Was? Ich bin gut. Wohl. Was, mein, schnurrt sich grad ein. Was mach ich? Schnurrt, du schnurrt sich ein. Also, ich weiß ja nicht, was ihr in Minecraft so für Ausdrücke habt, aber ich hab das doch nie gehört. Hey, Kim hat doch ne Katze. Wahrscheinlich meint er mit, dass er seine Katze bangt. Was nicht. Ranko muss nicht. Warno mal springen. Nein, Ranko bitte. Ja, weißt du, weißt du, wann ich wieder da bin? Boah, Ranko, du Fettsack. Schon gar nichts gemacht. Du stehst im Weg. Es fällt dir aber auch früher auf, ne? Hallo, voll was gemacht. Ich stand da schon ne Minute und so, boah, Ranko. Oh, ne? Ich wollte, dass er sich nicht mehr hingekriegt. Ranko ist echt ein Fieber. Ja! Uso, Block. Uso, Block. Ich steig jetzt weg, Arminer. Wie's laggt. Ja, genau, ist klar. Wisst ihr, was mich gerade richtig ankotzt? Die Map sieht so richtig nach einer fetten, schwulen Katze aus. Das ist wie Kim. Danke, Kim. Uso. Danke, Kim. Uso, Block. Ja, bitte, Remco, warst voll geplant, Junge. Ey, ich bin der Meister der Planung. Und Fabi ist der Meister der Unauffälligkeit. Wo ist mein Handy schon wieder, bin ich blöd, Alter. Ich vergesse mein Handy. Alles vor Minuten, nirgendwo. Tschüss. Hallo. Spiel, du Basta. Spiel, du Basta. Das ist die scheißletzte Map. Acht weit. Hallo, geschummelt, 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 Bahn überspringen. Hallo, ich bin der Mann überspringen, es gibt keine Bahn mehr. Das ist sowas von übergeschummelt, Alter, richtig geschummelt. Ich hab's richtig gemacht, aber der sagt, weil du Remco bist, mach ich das immer mal ganz anders, was du bezieht hast. Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. In dem ich nicht dabei sein werde, weil das Spiel scheiße ist. Also, bis dann, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.